die nacht der netze zum vierten mal zum vierten mal hier im b1 freut mich ganz besonders dass euch wieder hier zu gast sein dürfen mit unserem thema deutschland digital die chancen von internet of things wir werden nicht ganz so viel fachchinesisch reden so dass alle glaube ich es aber das thema ist hochspannend und ich glaube wirklich eine tolle herausforderung für 2015 für uns alle ja die nacht der netze machen wir eigentlich deswegen um die leute mehr in die kommunikation reinzuholen also wir haben immer noch viele veranstaltungen wo die leute sehr professionell am tisch sitzen und mitschreiben und das ist ja mal einfach andere art miteinander zu kommunizieren und der rahmen vom p1 ist er dafür geschaffen ja wir haben das thema deutschland digital für dieses jahr uns auf die fahne geschrieben das heißt das thema internet of things ist eine zukunftsorientierte geschichte die wir jetzt in den nächsten zwei drei jahren vertieft weiterbringen und jetzt haben wir mal die keyplayer dazu eingeladen auf die bühne das ist eben dr lübcke von burda oder der weiß präsident von bmw herr putz und genauso auch der herrlich von der lan com die extrem weit in diesem thema drin sind und uns wirklich ein bisschen führen können wir eigentlich mit connected frei feiner der firmen die als erste hier on board und internet aufbau funktionalität zusammengebracht haben jetzt geht bmw nächste schritte bmw hat einen neuen bereich gegründet der name ist neue digitale datengeschäftsmodelle daraus lässt sich eigentlich die intention und die ambition ableiten und hier geht es zum einen dazu darum kontinuierlich monetarisieren zu können wir sind ja als netzwerk hersteller stellen wir im grunde genommen die infrastruktur da die letztendlich sicherstellt dass die daten produziert und eingesammelt werden können und natürlich dann auch von a nach b oder in weit verzweigten netzen verteilt werden dann hörst du so 20.000 teilnehmer und dozent in berlin und experte und dann siehst du den und dann denkst du dir was der das kann es nicht sein oder und genau so geht es allen euren geschäftspartnern sie haben so daten informationen von euch wie ihr als marketingleiter als verkaufsleiter als geschäftsführer wie ein geschäftsführer aussieht und dann sieht der euch und dann muss er seine vorstellung mit der realität abgleichen mit dem haben wir alle zu kämpfen übrigens für die hinteren ich stehe schon ja die nächste veranstaltung die am 24 märz stattfindet da geht es mehr um das thema blogging und facebooking also communication über verschiedene kanäle auch die youtuber werden eingeladen sein da werden wir eine ganz andere gruppe auf der bühne haben als wie bisher und ja es geht dann darum um das herzlich eingeladen also wir wollen da keinen ausgrenzen oder nur eine bestimmte zielgruppe erreichen sondern es soll jeder mit jedem mal reden können und das ist glaube ich die voraussetzung die karten gibt es immer unter unserer homepage natürlich www.wz-n.de so aber ich werde erstmal stehen sind sehen die damen herren mich gar nicht mehr ich dachte sie wollen wir unanständige fragen stellen die damen wollen eigentlich die unanständigen fragen hören oder die kommen dann später wir wollen ja erstmal ein paar informationen zur neuen sonnenbrillen kollektion hören und ich bin schon sehr gespannt ich habe die stücke schon gesehen ich war begeistert ich muss sagen sie haben meine erwartungen übertroffen und herr glückler wie kam sie auf die idee sonnenbrillen zu designen